Hallo aus Mallorca. Hola. Wir wollten mal ein Video heute nochmal machen zu Heiligabend. Wir wollten bewusst kein irgendwie rund WhatsApp oder E-Mail oder irgendeinen Flyer schicken oder ein Foto. Nein, einfach nochmal ein persönliches Video von uns hier. Wir hatten ja ein Scheißjahr, aber auch gleichzeitig echt ein geiles Jahr. Auf das Scheißjahr brauchen wir nicht eingehen. Dieses Thema kennen wir glaube ich alle. Aber wir hatten ein geiles Jahr dank euch. Und dafür würden wir uns einfach mal bedanken. Gracias, vielen, 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 vielen Dank. Hat uns super Spaß gemacht das Jahr mit den Leuten, die hier auf der Insel waren. Die mit uns auch eine Bodega-Tour mitgemacht haben. Vielleicht mal ein paar ERA-Nachmittag mit dabei waren. Die uns online unterstützt haben. Die beim Online-Zoom-Tasting dabei waren. Tolle neue Kunden, die einfach mal reingekommen sind in unseren Laden. Und echt gute Bekannte geworden sind. Sven González von YouTube. Nicht zu vergessen, Sven. Ganz, ganz lieben Dank. Mit denen wir ein paar mal unterwegs waren. Das machen wir auch weiterhin. Machen wir weiterhin. Also neue Kanäle, die uns aufgetan worden sind, sind wir sehr, sehr dankbar drüber. Und nächstes Jahr wird es dann ordentlich weitergehen. Genau. Mit vielen Dingen, vielen neuen Dingen. Aber es war auf jeden Fall schön, dass ihr uns unterstützt habt. Wie gesagt, ohne euch wäre es sicherlich nicht so gut gelaufen. Wir hatten ganz viel Unterstützung von euch allen. Ja. Und auf allen Kanälen. Und dafür sind wir einfach nochmal sehr dankbar. Vielen Dank dafür. Jetzt, heute wünschen wir euch allen, die dieses Video sehen, einen schönen, heiligen Abend. Mit viel gutem Essen. Mit einer tollen Familie. Mit Freunden. Toller Musik. Genau. Guten Getränken. Sehr wichtig. Sehr guten Getränken. Sehr wichtig. Ja, und wir sind auf der Insel mit uns heute. Wir werden schön was kochen nachher. Morgen, übermorgen mit Freunden treffen. Wir haben ja den tollen Weihnachtsmarkt in Porto Portals. Das ist einer für uns der schönsten Weihnachtsmärkte der Insel. Da werden wir uns das gut lassen die nächsten zwei Tage. Gut gehen lassen, ja. Und ab Montag sind wir wieder da für euch. Und ja, wünschen euch alles, alles Gute. Genau, wir sind zwischen den Jahren auch da. Also wenn jetzt jemand irgendwo hier zwischen den Jahren nach Mallorca kommt, dann freuen wir uns natürlich, ihn im Laden begrüßen zu dürfen. Euch alle ein, wie sagt der Spann, Feliz Navidad. Bon Nadal. Bon Nadal. Bon Nadal. Feliz Navidad. Bleibt gesund. Bleibt gesund, lasst euch gut gehen, bleibt uns gewogen. Vielen, 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 vielen Dank. Genau. Dankeschön für alles. Genau. Und hasta la próxima. Bis bald. Alles Liebe. Adios. Ciao. 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 Ciao.